Servus oder was geht und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video ich mache mir mal nach einer langen Zeit ein Meinungsvideo ich habe jedoch überhaupt keine großartige Ahnung was ich hier zu machen soll also war ja doch schon ich trotz aber etwas da echt beschissenem aber ja falls ich gute so richtige Meinungsvideos machen sollt schreibt in die Kommentare zu was ich meine Meinung sagen soll und bitte ernst gemeinte Kommentare also nicht wieder auf Ding nein jetzt trotzdem erstmal hier in diesem Video meine Meinung zu Möller Misch ja meine Meinung zu Möller Misch lecker also Müller Misch ist sehr lecker mein Lieblingsgeschmack ist Banane und Vanille welche ist es ja eigentlich das hier ist Banane reichbar an Bananatwist Bananatwist Bester also die Banane beste Banane beste und ja ja ich trinke auch gar nicht das Pistazie und ähm glaubt der Kaffee Ding was ich nicht so ist Prozent ist der Müller Mischschokolade den dring ich nicht so aber eben Bananatwist und ja das war's auch wieder mit dem Video also bis zum nächsten Mal falls euch das Video gefallen haben sollte lasst ein Like da und wenn euch meine anderen Videos gefallen dann abonniert diesen Kanal und drückt auf die Glocke um kein neues Video zu verpassen und um nicht inaktiv zu werden denn inaktiv Abonnenten schaden diesen Kanal hier übelst ich meine Leute ich seh's doch ich seh's doch guck doch mal 1000 Abonnenten habe ich aber mal aufrufe Alter nicht mal nicht mal 500 nicht mal 500 Leute wo seid ihr denn wo seid ihr denn ja ganz im Ernst auf jeden Fall schreibt ihm schreibt in die Kommentare zu was ich als nächstes meine Meinung sagen soll denn eins kann ich euch sonst versprechen sonst wird das nächste Video vielleicht auch nicht unbedingt besser bin ich ganz ehrlich warum ich jetzt komme ich das nächste Ding manchmal ist es nämlich so dass ich tatsächlich keine Ahnung habe zu was ich jetzt so ganz kurz meine Meinung sagen soll weil ich habe tatsächlich schon noch Meinungsvideos vor die brauchen aber dann so viel Bearbeitungszeit das wird noch um einige Zeit dauern ja weil ich das so viele Daten und so dann äh mir runterladen muss und alles drum und dran ja weil ich dann das so sachlich angehen werde da das hat aber wirklich sagt sehr viel Produktionszeit dauert werde ich erstens eh damit warten bis mein Kanal wirklich besser läuft weil ich hab dann keinen Bock mehrere Stunden dann an einem Video zu arbeiten und dann das ist am Ende dann vielleicht auch keine Aufrufe bekommen oder so und so irgendwas weil das lohnt sich dann nicht dann mache ich lieber dann weiterhin erstmal diese diese kleineren Videos ja die auch nicht so viel Zeit beanspruchen ich meine ich habe jetzt hier grad nur vier Minuten dran und vier Minuten sind es wirklich nicht tragisch klar dann noch zu hochladen und sonst irgendwas aber das wird wird nicht länger dauern als 15 Minuten dann so insgesamt kein Problem weil ich eh weiß dieses Video wird sich keiner anschauen naja aber trotzdem auf jeden Fall das was mit dem Video bis zum nächsten Mal nur wie gesagt in die Kommentare schreiben so was ich als nächstes meine Meinung sagen soll das war's wieder bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal